Du bist unser Musik-Act heute. Ach du Scheiße. Komm, dann will ich den Schlagersong performen. Nein! Wie? Du kriegst hier ein Mikrofon, ich mach die sogar extra noch an. Du hast Mikrofon 3, damit die Regie einfach das nur weiß. Ja, und zwar singst du I Want It That Way. Der Text wird da drüben kommen, hier vorne. Wir haben jetzt keinen Stern hier gemacht, aber guck mal hier. Holger, möchtest du ihn anmoderieren? Als Radiomoderator Benni mit I Want It That Way? Wir haben es tatsächlich geschafft. Es ist wirklich momentan der Top-Hit überall, in allen Hitparaden. Er ist bei der letzten Wetten-Das-Sendung von Thomas Gottschalk aufgetreten. Wenn das jetzt keine Ehre ist, in Gute Nacht Magdeburg haben wir ihn tatsächlich, weil uns fünf Leute zu teuer waren und diese Sendung gar kein Geld kostet, haben wir ihn alleine genommen. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Er ist in Person. Die Backstreet Boys. Freut euch auf Benni und I Want It That Way! Das ist ein Richtig-Sendung, was du? Ja, ja. Ja, fängt da schon an. Achso, direkt. Das ist ein Richtig-Sendung. Das ist ein Richtig-Sendung. Das ist ein Richtig-Sendung. Jetzt ist Nummer 5. I never wanna hear you say I want it that way! Ich find's großartig! Benni bei I want it that way! Lass laufen! Du hast meine Postage. Ja, sehr gut! Ich sag vielen, vielen Dank! Du siehst weiter, ja? Vielen Dank an Holger Tapper. Gerne. Das war's mit Ihnen. Gute Nacht Magdeburg! Wir sehen uns wieder am 20. Dezember zu unserer Weihnachtssendung. Soll ich den Benni jetzt mitnehmen, Halle, oder nicht? Nein, das ist zu viel jetzt. Wir gehen aus, oder? Mach's gut, Holger. Mega. Mach's gut, danke. Jetzt bist du auch dran. Holger, Topper, meine Damen und Herren. Super. I'm the way that I used to be, yeah. No matter the distance, I want you to notice, they're deep down inside of me. Soll ich eigentlich noch mit singen? Ja. You are my fire. Wie singst du vor? The one. Desire. Desire. Richtig. You are, you are, you are, you are. We were. You are. We were. You are. Don't wanna hear you. Ain't nothing but a heartache. Ain't nothing but a mistake. I never wanna hear you say, I have no more mistake. I never wanna hear you say, I want it that way. Tell me why, ain't nothing but a heart. Tell me why, ain't nothing but a mistake. Tell me why, I never want to hear you say. I want it that way. Cause I want it that way. Benni, großartig. Großartig. Danke. Was soll das denn jetzt hier? Meister, Feierabend. Ich wollte noch den YouTube-Kanal ankündigen. Da kommt ihr nämlich hierhin und das nächste Video ist in der Ecke. Ein Ding hier.